Die Bundesregierung, die Ampelregierung, hat wesentliche Dinge vorangebracht mit der Beschleunigung der Asylverfahren. Wie viele? Da ist die Zahl der Rückführungen angestiegen von einem kleinen, niedrigen Niveau. Von wie viel auf wie viel? Das ist vollständig richtig. Das ist ja Aufgabe der Bundesländer, Rückführungen durchzuführen. Aber von wie viel auf wie viel? Du bist ein Arschloch, du hast mich immer an den Eiern. Das sind sehr, sehr kleine Zahlen, aber sie sind gestiegen. Aber jetzt kennen Sie die Zahl? Es ist ja, ich kenne die Zahl, aber die müssen wir jetzt hier nicht ausführen. Ist klar. Hey, ich habe keine Ahnung, ich habe schlecht in Mathematik, verstehe ich, was ich meine, Alter, ey. Wir müssen, wir müssen drauf blicken, ob es vorwärts geht, ob es besser wird. Aber die Leute wollen das ja wissen, ich würde, wie... Nein. Definitiv, definitiv nein. Mit welchem Erfolg von welcher Ausländerbehörde... Sie sagen, es ist gestiegen. Relevant, relevant, relevant gestiegen. Weiß ich nicht.